63% höhere EM-Rente seit 2013, Erwerbsminderungsrenten, sind im Jahr 2023 wieder gestiegen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbeschneid24.de. Ja, meine Damen und Herren, auch das können wir bestätigen, das können wir beobachten, dass die EM-Renten im Zahlbetrag jedes Jahr seit 2014 de facto für Neurentner kontinuierlich gestiegen sind. Es liegen neueste Zahlen der Deutschen Rentenversicherung vor und dort spricht man sogar von einem Anstieg um 63% für den Zeitraum 2013 bis jetzt oder bis heute. Die EM-Renten, die im Jahr 2023 ausgezahlt worden sind, liegen oder erstmals ausgezahlt worden sind und die dort auch begonnen haben in dem Jahr, liegen im Schnitt bei 1.001 Euro Zahlbetrag. Das sind 51 Euro mehr als im Jahr 2022. Der ganze Anstieg, der hat so richtig an Dynamik gewonnen ab dem Jahr 2019, weil im Jahr 2019, das wissen Sie mit den entsprechenden Reformgesetzen, die Zurechnungszeiten für EM-Rentnerinnen und EM-Rentner und auch hinterbliebenen Rentner deutlich verlängert worden sind, damals in drei Jahre und fünf Monate, wenn die Renten ab 2019 begonnen haben. Und da kann man natürlich jetzt auch noch in die Statistiken reingucken, welche Art der Erkrankten dann eine entsprechende Rentenhöhe bekommen haben. Aber das, würde ich sagen, müssen wir uns vielleicht nicht zwingend anschauen. Ich kann nur so viel sagen. Wir haben im Jahr 2023 rund 164.000 neue EM-Rentnerinnen oder Rentenbezieher. Und davon bilden die Menschen mit psychischer Erkrankung mit 65.000 Rentnerinnen und Rentner, die eine EM-Rente deswegen bekommen haben, da die größte Gruppe. Ja, Grund für die erfreuliche Entwicklung sind nicht nur die Ausweitung der Zurechnungszeiten, aber auch die Rentenanpassungen der letzten Jahre. Klar ist aber auch, dass die Zurechnungszeiten mit Rentenbeginn ab dem 01.01.2019 erheblich dazu beigetragen haben, dass die EM-Renten hier angestiegen sind. Aber es gibt noch einen anderen Grund dafür. Und zwar haben wir hier eine entsprechende Vergleichsberechnung, eine dritte Vergleichsberechnung mit reinbekommen. Seit dem 01.07.2014 gibt es die. Und die sorgt halt dafür, dass bestimmte rentenrechtliche Zeiten hier in die Rentenberechnungen mit rein oder rausfallen, die sich dann erhöht auf die EM-Rente auswirken können. Also das sind so verschiedene Komponenten, warum EM-Renten in den letzten Jahren doch deutlich im Zahlbetrag gestiegen sind. Aber, meine Damen und Herren, ich kann nicht verhehlen, 1.000 Euro EM-Rente mit Beginn ab 2023 ist für mich jetzt nicht der Riesensprung. Ich denke, dass im Schnitt EM-Renten, wenn sie in dieser Größenordnung ausgezahlt werden, so wie es die deutsche Rentenversicherung auch bekannt gibt, dass es dann letzten Endes auch nur Armutsrenten sind. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.